More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zum From Player to Player Podcast. Ich darf heute einen fantastischen Gast begrüßen und das ist der Silas. Ich kenne den Silas schon ziemlich länger oder ziemlich lange. Der spielt gerade bei Aschaffenburg und war ein Megatalent. Aber Silas, vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht, deswegen stelle ich doch mal ganz kurz bitte vor. Sehr gerne. Mein Name ist Silas Zehnder, ich bin 23 Jahre alt mittlerweile, spiele Fußball schon seit ich klein bin und bin aktuell bei Viktoria Aschaffenburg unter Vertrag. Ja, sehr, sehr cool Silas. Ich habe es ja erwähnt gehabt, wo wir uns damals kennengelernt haben und so weiter und so fort. Aber diese Story will ich dann letztendlich später reinholen. Erzähl mir doch einmal ganz kurz bitte, wann hast du angefangen Fußball zu spielen und wo hast du angefangen Fußball zu spielen? Angefangen mit dem Fußball, als ich wahrscheinlich fünf Jahre alt war, habe eine sehr lange Zeit bei mir im Dorf Fußball gespielt, bei Stockstadt und bin dann zu Erfelden gegangen, ein anderes kleines Dorf bei mir um die Ecke, weil unsere Mannschaft sich in Stockstadt aufgelöst hat. Und dann habe ich, bis ich 15 Jahre alt war, dort in dem Verein gespielt, bis ich dann zu Darmstadt 98 gewechselt bin. Mhm, sehr, sehr krass. Wie lange hast du da gespielt? Bis du 15 warst, gell? Genau. Okay. Und dann bist du letztendlich zu Darmstadt gewechselt. Aber wir müssen das ja jetzt alles so ein bisschen mal aufbröseln und verstehen, warum du zu Darmstadt 98 gewechselt bist. Was ist passiert und wie ist diese Chronologie gewesen? Ja, weil ich glaube, bei dir war das jetzt nicht so ein übliches Probetraining oder übliches Scouting-Verfahren, sondern das war irgendwie auch dann irgendwo schlagartig und du hast gute, gute Angebote für Darmstadt 98 ausgeschlagen. Das stimmt. Ich habe eine sehr lange Zeit auf dem Dorf in Anführungszeichen gespielt und für mich war damals Kreisauswahl, Regionalauswahl, Hessenauswahl waren für mich so die Plattformen, auf denen ich mich zeigen konnte. Und bringt das wirklich was, dieses Kreisauswahl, Regionalauswahl? Wie ist die Trainingsqualität dort? Weil ich habe das damals nie erlebt und jetzt hört man ja immer, ah ja, der ist schon in der Regionalauswahl oder im Stützpunkt-Training. Ist das wirklich für die Weiterentwicklung besser oder hast du das damals vielleicht wahrgenommen und wie würdest du es jetzt bewerten? Wenn ich das Revue passieren lasse, muss ich schon sagen, mir hat das damals extrem viel geholfen. Einfach aufgrund der Tatsache, weil ich in meinem Verein nicht so die höchste Trainingsqualität habe. Da habe ich mit meinen Freunden zusammengespielt und die haben das teilweise auch einfach just for fun gemacht. Und da hat mir einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ein Kreis- oder Regionalauswahl-Training relativ viel gebracht, einfach weil die Trainingsqualität besser war. Okay, also dann war es wirklich gut. Genau, also ich finde, wenn du in einem Dorf spielst und in keinem Nachwuchsleistungszentrum, ist das schon ein sehr gutes Add-on. Wenn du schon in einem Nachwuchsleistungszentrum spielst, dann glaube ich, könnte man das ein bisschen anders bewerten. Okay, gut. Ja, deswegen bewerte ich es vielleicht ein bisschen anders. Aber nee, sehr, sehr interessant und das ist auch cool zu wissen. Also, wenn dann mal die Einladung kommt, irgendwie zum Regionalauswahl oder zum Stützpunkt, auf jeden Fall annehmen. Annehmen, annehmen, annehmen. Würde ich auf jeden Fall machen. Ist eine weitere Chance, um sich zu zeigen, vielleicht auch Kontakte zu knüpfen. Man sagt ja immer, man sieht sich zweimal im Leben. Das stimmt. Man weiß nie. Wir haben uns öfters jetzt gesehen, gell? Fürschnitt. Ja, aber verstehe. Okay. Und von der Regionalauswahl bist du dann in die Hessen-Auswahl? Genau. Das war so der Schritt von der Regionalauswahl zur Hessen-Auswahl. Hab zu dem Zeitpunkt dann immer noch bei Erfelden gespielt. Und hab dann auf Turnieren mit der Hessen-Auswahl da die Zeit genutzt, um mich weiter zu zeigen. Und wie schwierig war das? Weil ich weiß, damals hat es so circa in der U14, U13, bin mir nicht mehr sicher, angefangen mit der Hessen-Auswahl. Und überwiegend waren es ja Eintracht Frankfurt-Spieler, FSR, Kickers Offenbach. Also das sind ja alles NLZ-Mannschaften gewesen. Oder auch Darmstadt, die waren damals noch kein NLZ, aber da waren ja ambitionierte Kicker. Und dann kommt irgendjemand von Erlangen, Erfelden, tut mir leid, in diesen Kreis, wo ganz viele ambitionierte Fußballer sind. Wie war es damals und wie gut war die Qualität und was für eine Umstellung war es damals für dich? Weil da habe ich dich kennengelernt. Genau. Ja, es war eine extrem große Umstellung natürlich. Wenn du aus so einem Dorf kommst, wo du mit deinen Freunden kickst und dann hast du auf einmal Lehrgänge oder Spieltage mit Spielern zusammen, die das gewöhnt sind, auf dem Niveau zu spielen und zu trainieren. Das war für mich schon eine extreme Umstellung. Ich war früher, würde ich sagen, nicht so der extrovertierte Typ, sondern eher ein bisschen zurückhaltend. Und das hat mir den Weg in die Hessen-Auswahl dann auch ein bisschen schwerer gestaltet, weil ich einfach das Gefühl hatte, da ist eine Einheit da von Spielern, die alle in dem NLZ spielen und die mir vielleicht auch ein bisschen überlegen sind. Und das war dann schon eine Herausforderung für mich, das auf jeden Fall. Hat man dann so diesen Gedankengang, boah, bin ich überhaupt gut genug? Auf jeden Fall, den hat man. Ich musste mich damals aber ein bisschen frei von dem Gedanken machen, was mir, glaube ich, im Endeffekt auch gut getan hat. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, bin ich gut genug damit, um mit den anderen mitzuhalten, sondern für mich war das so, ah, das ist super cool, dass ich hier bin und lass jetzt einfach mal ein bisschen Spaß haben, Fußball spielen und Leistung bringen. Und diese Freiheit, ohne da verkopft ranzugehen, hat, glaube ich, im Endeffekt positive Effekte gehabt. Definitiv. Weil, klar, also, wenn du dann so jung bist, ich glaube, junge Menschen können manchmal echt fies sein, so. Wir hatten auch damals, okay, dann guckst du die Einladung und siehst, okay, Silas, der ist ja schon wieder da, so, vom kleineren Verein. Aber ich glaube, spätestens nach der zweiten Trainingseinheit haben wir für uns selbst bemerkt gehabt, okay, der Junge hat was drauf, ja. Und da darf man halt auch nicht verkopft sein und sich letztendlich schon klein machen gegenüber den anderen, weil du warst ein geiler Kicker und du hast ja auch irgendwo das Recht gehabt, dort zu sein. Und ja, deswegen fand ich das sehr, sehr interessant, auch das jetzt mal so reflektiert zu hören von dir, wie du das empfunden hast. Lass uns weitergehen. So, da haben wir jetzt die Lehrgänge gehabt. Ja, tolle Übernachtungen in Grünberg, also an dieser Stelle, Herr Klaus Schäfer, wenn sie das hören, das war eine tolle Zeit. Dann bist du mit der U14 nach Bad Blankenburg gefahren. Das war, glaube ich, das erste Turnier, oder, für dich? Genau, das war das erste größere Turnier, der Länderpokal, wo es dann darum ging, okay, der deutsche Meister auf Auswahlebene wird ausgespielt. Und das war das erste größere Turnier und genau, war eine super Erfahrung auch für mich. Ja, also damals war ich leider nicht dabei, daran kann ich mich erinnern, habe die Nase gebrochen gehabt und gehabt, was für einen Eindruck hattest du von diesem Turnier? Weil wir ja einfach wissen, wenn wir ehrlich sind, der Fußball ist ja darauf ausgelegt, so ein bisschen auch Talente zu entdecken und auch dieses Turnier ist dafür ausgelegt gewesen, Talente zu entdecken. Hattest du damals bei diesem Turnier den Blick dafür, oh, da könnten ja vielleicht Scouts sein oder ich könnte irgendwie gesehen werden und von meinem Dorfverein wegkommen oder hattest du da gar nicht den Gedanken? Tatsächlich war das nicht mein primärer Gedanke. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen oder liegt ein bisschen darin begründet, dass ich mit meiner Familie dorthin gefahren bin und die haben mich immer unterstützt. Und dann war das so, okay, wir haben jetzt ein Spiel und danach setzt du dich wieder mit der Familie auseinander und freust dich, dass die da sind, freust dich, dass sie zugucken. Und dann habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Aber wenn ich da jetzt nochmal zurückblicke, dann glaube ich schon, dass so die Verteilung, was die Zuschauer anging, circa 50-50 war Scouts und Familienmitglieder. Ja, also an dieser Stelle nochmal tolle Grüße an Silas Familie, an seinen Opa, Oma, alle Personen, weil die sind sowas von nett, sowas von lieb. Ich habe dich ja angerufen für die Einladung damals und habe direkt mal gefragt, wie geht es allen, weil ich die einfach positiv in Erinnerung hatte. So, so liebe Menschen. Also, das freut mich so und schöne Grüße an euch alle. Ja, so, dann lass uns weitergehen, lass uns weitermachen. So, U14 war zu Ende. Du hattest das erste Sichtungsturnier. Hat sich da großartig was verändert? Ja, es war so, dass nach dem ersten Sichtungsturnier in Bad Blankenburg der ein oder andere Verein an mich herangetreten ist. So, 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 so. Also, wir brauchen jetzt nicht hier irgendwie zu sagen, der eine oder andere Verein. Wir wollen Namen nennen in diesem Podcast. Heute werden Namen genannt, Silas. Und ich mache, ich mache, ich mache das jetzt schon mal so, weil ich weiß, im Jahr danach kommen noch ganz andere Namen dazu. Also, lass uns jetzt schon mal damit anfangen. Können wir gerne machen. Sehr gut. Am Anfang waren das vor allem Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Sehr interessant. Ja, weil die natürlich auch wussten, wo ich herkomme. Und das waren die Vereine, die relativ nahe an meiner Heimat auch liegen. Ja, sehr regional. Genau, das war dann der erste Schritt, beziehungsweise das waren so die ersten drei Vereine, die auf mich zugekommen sind. Okay, gut. Wie ist die Entscheidung gefallen damals? Ja, ich habe viele Gespräche geführt mit den Verantwortlichen. Und das war dann im Endeffekt so, dass ich in Darmstadt einfach ein sehr gutes Gefühl hatte. Und das war zu dem Zeitpunkt noch kein Nachwuchsleistungszentrum. Ich habe mich aber sehr wohl gefühlt, weil es auch familiär war. Ich bin, würde ich schon sagen, ein sehr familiärer Mensch. Ich fühle mich wohl bei meiner Familie und das ist mir wichtig. Und dieses Heimische hatte ich bei Darmstadt einfach. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Gut. Hast du die Gespräche mit einem Berater geführt oder mit deiner Familie? Tatsächlich mit meiner Familie. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Berater. Der Berater, der kam erst sehr viel später dazu. Das war in der U19 dann. Wow. Und davor war es wirklich so, dass ich da komplett mit meiner Familie durch Stich und Dünn gegangen bin. Also für die Zuhörer oder Zuschauer jetzt, die werden jetzt vielleicht sagen, okay, das ist irgendwie, vielleicht, die werden das jetzt nicht so verstehen wie ich, weil ich weiß einfach, was im Nachgang passiert ist. Und da sind ganz andere Leute, also ganz andere Vereine involviert gewesen. Und dann immer noch mit seiner Familie das alleine zu stemmen. Silas, du hast Koronis. Wirklich, das ist krass. Das ist top, brutal. So, dann hast du bei Darmstadt das gemacht. In was für eine Liga habt ihr gespielt? Wir haben damals Hessenliga gespielt. Und das war jetzt auch nicht die höchste Liga. Also Bundesliga war damals nicht mit Darmstadt 98. War aber für mich, glaube ich, ein ganz sinnvoller Schritt. den ich gegangen bin. Ich kam aus der Kreisliga und habe da wirklich nicht hochgespielt. Und das war dann schon ein sehr, sehr großer Schritt, wenn es auch nicht gleich der größte war, den man hätte gehen können. Was hat sich so verändert, außer die Trainingsintensität? Vielleicht mehrere Einheiten gehabt. Sicherlich auch irgendwie, ihr habt auf einmal alle das gleiche Trainingst-T-Shirt an. Das gab es vielleicht damals in der Dorfmannschaft auch nicht. Was hat sich so grundsätzlich verändert und was hast du wahrgenommen? Das mit dem Trainings-Shirt, das stimmt auf jeden Fall. Da hatten wir in der Zeit im Dorfverein, jeder hat sein eigenes Trikot gehabt, das er mitgebracht hat. Und da auch verschiedene Farben. Da haben wir sehr oft mit Leibchen gearbeitet, um da die Teams anzuteilen. Und dann hieß es immer, okay, wir spielen bunt gegen gelb oder irgendwas anderes. Wo mehr Farben da sind. Wo mehr Farben, dann war die Einteilung so. Und das war vor allem etwas, was sich strukturell geändert hat in Darmstadt. Es wurde alles deutlich akribischer überarbeitet. Und es war dadurch natürlich auch viel professioneller. Und auch die Trainingsbelastung ist natürlich angestiegen. Ich kam von zweimal die Woche Training und dann auf wahrscheinlich viermal die Woche Training plus Spiel. Und das war dann auch, was die Fahrten angeht, hin und her zum Training, war schon die generelle Belastung auch neben dem Platz deutlich größer. Wie hast du das weggesteckt damals mit den Fahrten und mit der vielleicht mal Schule haben und danach direkt ins Training? Wie würdest du das heute bewerten? Also ich bin da auch meiner Familie wieder extrem dankbar. Weil ohne die hätte ich das nicht geschafft. Das wäre nicht möglich gewesen. Meine Busverbindung damals nach Darmstadt von zu Hause, die war circa eine Stunde Fahrtzeit. Und da wurde ich sehr oft, vor allem auch von meinem Opa, ins Training gefahren, wieder abgeholt. Ich sage ja, der Typ ist überragend. Ja, der hat mich seit klein auf, hat er mich begleitet, war immer an meiner Seite und hat mich da unterstützt. Und da war kein Weg zu weit. Und deswegen da auch ein extremes Dankeschön noch in die Richtung. Verstehe ich. Na gut, lass uns weitermachen. In der Chronik. So, dann hast du gesagt, gehabt, okay, U15, Hessenliga war das. Genau. Da kann man, muss man ehrlich sein, da kann man in der U15, kann man eigentlich Regionalliga spielen. Aber war wichtig für dich. So, während dieser Zeit war ja das U15-Turnier in Duisburg, oder? Genau. Das war, ich glaube, ein, zwei Monate, nachdem ich in Darmstadt unterschrieben hatte, war das Länderpokal-Turnier in Duisburg. Das war dann das zweite große Turnier, bei dem ich teilnehmen durfte. Und war auch wieder eine extrem schöne und großartige Erfahrung. So. Mit uns selbst auseinandersetzen. Und lass uns doch einfach mal so ein bisschen das Turnier beschreiben. So, was ist da passiert? Welche Leute waren da? Und was ist am Ende des Tages passiert? Ich glaube, es ist auch so einzigartig gewesen und hat auch deine Karriere so ein bisschen verfolgt, weil da in dem Turnier ganz, ganz viel vonstatten gegangen ist. Genau. Ich würde ganz kurz nochmal auf das Bootshaus eingehen, das ich auch als sehr schöne Erfahrung in Erinnerung habe. Weil es einfach wichtig ist, sich in einer Mannschaft auszutauschen, den Gegenüber kennenzulernen. Es ist nicht einfach damit getan, dass man halt in einer Mannschaft zusammenspielt. Man muss eine Einheit werden. Und da, finde ich auch, hat uns das Bootshaus extrem viel gebracht. Ja, und wir haben ja gesagt gehabt, was soll denn das für ein Quatsch? Alle anderen Bundesländer sind in dem krassen Hotel und die haben so eine Toilette und so. Und aber am Ende des Tages, so mitten vom Turnier, haben wir gesagt, das war die beste Entscheidung, die die machen konnten. Wirklich. Wir haben uns viel miteinander auseinandergesetzt, haben viel Quatsch gemacht. Und ja, lass uns weitermachen. Erstes Spiel und so weiter und so fort. Am Ende des Tages können wir ja sagen, was ist passiert. Ja, sehr viele Angebote bekommen und zum Nationalmannschaftsjahrgang eingeladen wurden. Krass. Und jetzt müssen wir sagen, der Junge hat vor zwei Jahren oder ein Jahr davor noch im Kreis in einer Dorf-Mannschaft gespielt gehabt. Innerhalb von einem Jahr deutscher Meister wurden wir in der U15 in Wedau, in Duisburg. Und jetzt kriegst Du so viele Angebote. Lass mich das ganz kurz aus meiner Sicht erklären. Also da war irgendein junger Kerl, der Silas, den kannte ich, aber ich habe mich nicht viel mit ihm auseinandergesetzt. Da habe ich Dich angeguckt, warst recht klein eigentlich. Da hat der Herr Schäfer gesagt, ja, den stellen wir in den Sturm. Okay. So, dann schaue ich Deine Schuhe an. Du hattest irgendwelche japanischen Schuhe, die habe ich auch noch nie in meinem Leben gesehen. So eine, wie hieß, weißt du, was eine Marke das war? Tatsächlich weiß ich nicht mehr, welche Marke das war. Die hat mir damals meine Oma besorgt. Wo die herkam, keine Ahnung. Also die sahen für alle Leute, die FIFA spielen, die sahen so aus, wenn Du Deinen Pro erstellst, so No-Skin-Schuhe. So die ersten Schuhe, die so schwarz. Und dann habe ich Dich gefragt gehabt, Silas, was für Schuhe hast Du da? Sagen so, ja, die sind richtig bequem und so. Und Du hast viele Tore in diesem Turnier geschossen. Muss man auch eingestehen. Und Du hast auch maßgeblich daran teilgehabt, dass wir das Ding auch gewonnen haben. Ja, ganz, ganz wichtige Tore hast Du erzielt. Und dann ist ja im Turnier ganz, ganz viel passiert, ja. Und dieses Turnier haben wir ja schon mal gesagt, viele Scouts, viele Vereine. Welche Vereine sind innerhalb dieser Zeit, in der Kürze der Zeit, an Dich herangetreten? Und warum hast Du Dich am Ende des Tages entschieden, trotzdem bei Darmstadt 98 zu bleiben? Ja, es waren sehr, sehr viele Vereine. Halb Deutschland hat den Jungen gejagt. Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich einfacher, die Vereine aufzuzählen, die nicht hinter mir her waren, zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach ein super Turnier gespielt habe. Das muss man einfach sagen. War extrem zufrieden auch mit mir. Ganz stark war RB Leipzig an einem Transfer oder einer Verpflichtung interessiert. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon ein Riesenverein. Nicht so wie heutzutage, aber es war damals auch ein großer Verein mit vielen Ambitionen, mit großen Ambitionen und war schon interessant. Wie Du auch schon gesagt hast, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, den Weg in Darmstadt einzuschlagen. Das hat unterschiedliche Gründe gehabt, glaube ich. Vor allem aber auch den Grund, weil in Darmstadt war ich ein wichtiger Spieler. Ich war der Spieler und das war mir auch wichtig. Es war bedeutsam. Ich hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und Darmstadt hat mir immer, egal wie lange ich verletzt war, das Gefühl gegeben, ich bin wichtig und ich werde gebraucht. Und ich glaube nicht, dass ich das in dem Maße in einem anderen Nachwuchsleistungszentrum gespürt hätte. Sehr interessant und auch eine unfassbar große Weitsicht, muss man eigentlich einfacher eingestehen. Weil wenn jetzt Patrick Finger war hier, Dennis Husenbasic war hier in dem Podcast, sie haben irgendwie alle gesagt gehabt, man weiß vielleicht nicht unbedingt, was für eine Rolle man einnimmt in einem neuen Verein und was es eigentlich mit sich bringt, wenn man zum neuen Verein geht. Und wenn man weiß, man wird wertgeschätzt, ist das unheimlich viel wert. Das ist viel mehr wert, als viel Geld zu verdienen. Weil sicherlich waren dann auch die Beträge mit den Angeboten alles krass, um dann bei Darmstadt zu bleiben. Also ich kann mich daran erinnern, auf der Rückfahrt hat dich Holger Müller angerufen und wollte dich schon eigentlich zur Eintracht lotsen. Aber du warst da standhaft und hast dann einfach gesagt, ich bleibe in Darmstadt. Genau. Ja, also das ist natürlich was, was einen immer locken kann. Die Verträge, die hätten in anderen Vereinen deutlich besser ausgesehen, als in Darmstadt. Ich habe da aber auch von der Familie sehr viel Rückhalt gehabt und war, glaube ich, aber auch zu dem Zeitpunkt, ich würde sagen, im Nachhinein betrachtet, nicht so bereit, den Schritt auch zu gehen. Weil ich immer, ja, um mich rum ein System gebraucht habe, Leute gebraucht habe, denen ich vertrauen kann, auf die ich zählen kann. Es war damals auch, um nochmal auf die Vereine zurückzukommen, die mich gerne verpflichtet hätten, war damals auch vage im Gespräch nach London zu fliegen. Und sich das Trainingszentrum von Arsenal London anzuschauen. Wow. Das war auch ein extrem krasses Angebot damals. War aber dann letztendlich so, dass ich mir das selbst nicht zugetraut hätte, alleine in England dann mit 15 da auf eigenen Beinen zu stehen, mehr oder weniger. Krass. Und deswegen war das auch, ja, relativ schnell eigentlich wieder vom Tisch, auch wenn es ein Riesenangebot war. Aber da war es mir einfach wichtig, ein Umfeld zu haben, wo ich weiß, da kann ich zu 100% drauf vertrauen und kann deswegen dann auch meine Leistung bringen. Das ist krass. Also Arsenal London, das wusste ich damals nicht. Aber heute das zu hören, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr interessant, auch dann das auch so rational zu entscheiden. Und dann auch zu sagen, ey, ich glaube nicht, dass ich das könnte. Würdest du im Nachhinein jetzt sagen, das war die richtige Entscheidung, bereust du es oder bereust du es nicht? Also das würde mich jetzt schon interessieren. Ja, ich finde es immer schwierig, das im Nachhinein zu beurteilen, weil man weiß ja gar nicht, wie es gekommen wäre. Es wäre aber schon eine Erfahrung gewesen, die ich gerne mitgenommen hätte. Definitiv. Also ich bin nicht unzufrieden mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, aber das wäre sicherlich was gewesen, wo man auch im Nachhinein hätte stolz drauf sein können. Definitiv. Aber auf dem Weg, den du jetzt gegangen bist, kann man auch stolz sein. So, dann lass uns weitermachen in der Chronik. Sehr gerne. Ja, ich war ja dann im Prinzip die ganze Zeit bei Darmstadt 98 bis zur A-Jugend, hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Was für Verletzungen hattest du und wie lange haben die dich letztendlich aus dem System rausgenommen? Es waren immer wieder kleinere Sachen, mal ein bisschen größere Sachen, gar nicht so speziell auf irgendeinen Körperteil bezogen. Das war mal am Bein, mal am Fuß, mal am Knie. Das war sehr sprunghaft und hat eigentlich auch dazu geführt, dass ich immer wieder ausgebremst wurde. Und das habe ich, was ich vorhin schon gesagt habe, dann in Darmstadt gespürt, dass das trotz der Verletzungen nicht so dramatisch ist, in Anführungszeichen, dass immer wieder auf mich gezählt wird. Und das war dann auch im Nachhinein für mich dann auch die richtige Entscheidung, dann in Darmstadt zu bleiben, weil ich dann einfach sehr viele Verletzungen hatte, mit denen Verletzungen mich auseinandersetzen musste, dagegen ankämpfen musste, aber trotzdem immer die Rückendeckung vom Verein hatte. Wie sehr hat dir das auch geholfen, vielleicht mental mit der Situation dich auseinanderzusetzen? Weil ich weiß, dass es unfassbar schwierig ist, wenn man oft verletzt ist, immer wieder reinzukommen und auch wieder von Null starten zu müssen oftmals, dass es nicht einfach ist. Und Darmstadt 98 war vielleicht jetzt noch nicht der Verein, aber es war ein Verein, wo man wusste, die Ambitionen werden immer wieder von Jahr zu Jahr hochgeschraubt und du einfach diese Rückendeckung hattest. Ja, das war mental natürlich auch sehr wichtig. In der Verletzung ist es immer so, dass man sich mit der aktuellen Situation auseinandersetzen muss und dann kommen natürlich Gedankenspiele auf, wie was ist denn, wenn ich nicht fit werde, wenn ich nicht wieder auf das Niveau zurückfinde, auf dem ich mal war. Ja, das sind natürlich schon Gedanken, die da in einem aufkommen und da hilft es, wenn der Verein da hinter einem steht. Definitiv, denke ich auch. Wir hatten auch immer wieder dann mal so Freundschaftsspiele gegeneinander, vielleicht aber auch mal im Liga-Betrieb Spiele gegeneinander. Aber was mir aufgefallen ist, du warst doch, wenn ich jetzt nicht alles falsch sage, du warst doch auch mal Jahrgang höher, hast du da gespielt, oder? Ja, damals war Ramon Berndroth interimsmäßig in der U19 bei uns tätig, gegen Ende der Saison und da habe ich dann in der U19 als, ich glaube damals 16-Jähriger, noch ein paar Spiele bestritten. Das waren die letzten, glaube ich, sieben Spiele damals in der Bundesliga, in der U19. Wir sind dann abgestiegen und genau, da habe ich aber noch ein paar Spiele mitwirken dürfen. Also an dieser Stelle schöne Grüße an Ramon Berndroth, sehr, sehr guter Typ, sehr, sehr korrekt. Was hat das mit dir gemacht? Wie hat das deine Fähigkeiten vielleicht auch weiterentwickelt und wie hast du dich danach eingeschätzt? Weil ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt bei einem Jahr älteren in der Bundesliga spielt oder in der Hessenliga. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Das hat man auch im Training gemerkt, hat mir im Nachhinein aber sehr viel gebracht, weil ich nie körperlich so der Robusteste war. Ich war eher ein bisschen kleiner, dafür vielleicht ein bisschen wendiger und schneller, aber das hat mir extrem viel gebracht, weil ich wusste, okay, ich muss mich gegen Leute durchsetzen können, die einfach deutlich größer sind, deutlich stabiler sind und habe mich dadurch dann gut anpassen können. Hast du deinen Spielstil ein bisschen verändert damals, dadurch? Ich würde sagen, ich bin meinem Spielstil generell treu geblieben, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich im Kraftbereich deutlich mehr tun muss für mich, um einfach da dagegen halten zu können. Was hast du gemacht? Das würde mich interessieren. War natürlich Kraftraum, Sprints, Kniebeuge, sehr viel Gewichte bewegen, vor allem im Maximalkraftbereich war damals ein Thema. Da hatte ich auch viel Unterstützung von Darmstadt, die hatten damals relativ viele Trainer auch im Athletikbereich dort und das war schon was, wo auch ein Schwerpunkt drauf gelegt wurde und da hatte ich damals auch die Möglichkeit, dann das Training zu genießen und dort dann Krafttraining zu betreiben. Hatten die auch wirklich diese Möglichkeiten vom Kraftraum und alles drumherum? Ich kann mich erinnern, wir waren einmal in Darmstadt, da haben sie, glaube ich, ihre Sportanlage geradezu fertig gebaut und da waren viele Container, irgendwie umklein, containermäßig. Hatten die da auch einen Kraftraum, der anständig war oder wie habt ihr dann letztendlich das alles gemacht? Anständig ist relativ zu sehen. Also für einige wäre es wahrscheinlich anständig gewesen, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Vereinen hier im Umkreis, Frankfurt, Mainz etc. Dann war das schon ein sehr kleiner Kraftraum, da hat man sich schon wohlgefühlt und wenn man dann zu dritt, viert da drin war, das wurde dann schon ein bisschen enger. Das hatte aber auch den Vorteil, dass du häufig Einheiten hattest, wo du alleine mit einem Trainer warst und wo der volle Fokus dann auf dir und deinen aktuellen Zielen oder auch deinem aktuellen Trainingsplan lag. Und da hast du sehr gut direkt Feedback bekommen und es war deutlich individueller, würde ich sagen. Und das ist ja letztendlich aber auch richtig gut, zu sagen individueller. Es wird noch spezifischer auf mich eingegangen, auf meine Defizite und ich finde, wenn wir am Individuum arbeiten, arbeiten wir ja auch irgendwo am Team. Wenn du als Spieler besser fungieren kannst, agieren kannst, hat das Team ja auch irgendwo was davon. Das ist zu 100 Prozent. Das sieht man ja auch häufig im Profisport, dass viele Trainingseinheiten gar nicht komplett in der Mannschaft absolviert werden, sondern dass die Mannschaft aufgeteilt wird. Im Krafttraining ist das häufig der Fall, aber auch innerhalb eines Trainings auf dem Platz ist es ja regelmäßig der Fall, dass spezifische Gruppen eingeteilt werden, positionsspezifisch und da dann positionsspezifisch gearbeitet wird. Sehr, sehr interessant. Auch toll, dass du das so siehst. Am Ende des Tages muss man sagen, okay, diese Saison war vorbei. Wurdest du immer wieder trotzdem von Verletzungen eingeholt? Wie war der Status Quo? Hat man geliebäugelt vielleicht zu wechseln? Was ging in dieser Saison ab? Ja, Verletzungen waren eigentlich mein ständiger Wegbegleiter. Das war glaube ich schon immer so und es gab auch keine Saison, in der es keine Verletzungen gab. Das hat sich auch dann später in den Profibereich mit reingezogen und war dort dann auch immer irgendwie sehr präsent. In was für einem Jahrgang warst du jetzt gerade? Also U19, U17? In dem Fall dann U19. Also ich bin im ersten Jahr U19, war das dann so, dass ich regelmäßig bei den Profis auch mittrainieren durfte. Was für ein Unterschied ist das und wie bist du da hingegangen? Ich hatte Dominik Wanner hier und der hat gesagt, der erste Moment, wenn du in die Kabine gehst, bist du eigentlich sehr, sehr schüchtern, sehr still und hast ein bisschen Respekt. Wie war es bei dir? Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir hatten nämlich ein Testspiel, beziehungsweise die erste Mannschaft hatte ein Testspiel und dann wurden fünf Spieler von uns eingeladen aus der U19, die dann mitspielen durften und dann war es so, dass ich in den 20, 30 Minuten, die ich am Ende bekommen habe, da gute Leistung gebracht habe und nach dem Spiel kam damals Thorsten Frings zu mir. Der war zu dem Zeitpunkt Trainer von Darmstadt. Der hat dann gesagt, ja hier Silas, was hast du nächste Woche vor? Da habe ich gesagt, stand jetzt noch nichts. Und da hat er gesagt, ja kommst du bei uns im Training vorbei? Und das war dann für mich schon auf der einen Seite sehr geil und sehr cool, auf der anderen Seite habe ich aber auch gedacht, boah krass. Also, weil ich einfach gemerkt habe, beim Spiel, Spielvorbereitung in der Kabine, das ist eine ganz andere Atmosphäre, als man das in der Jugend einfach gewöhnt ist. Und da ist es schon so, dass man mit sehr viel Respekt da auch in die Kabine kommt und sich da erstmal ein bisschen zurücknimmt und nicht gleich, hallo, hier komme ich. Ja, kann ich verstehen und das ist ja auch, glaube ich, irgendwo total normal. So, und haben dich die Spieler aufgenommen? Hat dich jemand an die Hand genommen? Wem bist du am Ende des Tages vielleicht auch so ein bisschen dankbar gewesen, dass er dich vielleicht unterstützt hat? Oder warst du so der alleinige Kämpfer und hast gesagt, na gut, Silas, du bist auf dich alleine gestellt? Ja, also es war, würde ich sagen, für Profiverhältnisse war das eine sehr homogene Truppe damals in Darmstadt. Und warum für Profiverhältnisse? Warum wählst du dieses Wort? Ja, also es ist natürlich damals so gewesen, dass Darmstadt auch hier im Vergleich zu anderen Vereinen einfach noch nicht auf dem Stand war, was man so generell unter Profiverhältnissen vielleicht versteht. Es war damals so, dass wir unter der Tribüne, unter der Haupttribüne hatten wir unsere Krafteinheiten, da gab es keinen Kraftraum. Und es war alles, ja, noch so zwei, drei Schritte hinter anderen Profivereinen einfach. Deswegen war das für Profiverhältnisse einfach, ja, was anderes, was es aber auch sehr besonders gemacht hat. Da waren dann einfach Spieler, wo du gemerkt hast, okay, die sind einfach auf dem Boden geblieben. Da ist keiner dabei, der irgendwie denkt, er wäre was Besonderes. Und das hat es einfach einzigartig gemacht. Und zurückzukommen auf dem, was du gesagt hast, dass du jemand bist, der ein System braucht, auch so ein bisschen familiäre Stimmung. Das hast du ja dann dort genau wieder gefunden. Genau, das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Ich hatte gleich relativ viel Kontakt mit den Spielern auch. Ich hatte zum Beispiel Sandro Sirigu, Gorka, Strohengel, waren Spieler, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, mit denen ich auch Zeit verbracht habe. Und das war extrem wichtig für mich, da einfach so eine Art familiäres Verhältnis zu haben. Über was für Themen spricht man vielleicht mit jemandem wie Strohengel, der Neuner war, der viele Tore erzielt hat? Hat man sich da vielleicht was abgeguckt? Und am Ende des Tages weiß ich ja, dass du jetzt eine ganz andere Position spielst als früher. Darauf will ich aber auch nochmal eingehen. Aber über was für Themen spricht man dann so mit einem Profispieler? Ja, es ist natürlich im Spiel, in den Trainingseinheiten geht es natürlich viel um Technik, Taktik. Wie stehe ich vielleicht zum Ball? Wie nehme ich einen Ball mit? Und da geht es dann speziell eigentlich so um den Fußball an sich. Wenn es dann in die Kabine geht, wird vielleicht noch ein bisschen darüber gesprochen, ein bisschen Revue passieren lassen. Aber dann ist es tatsächlich so, dass es sehr privat wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt, auf dem Platz hat man für eine gewisse Zeit den absoluten Fokus, will sich verbessern und arbeitet hart an sich. Und wenn du dann vom Platz runter gehst, dann ist es auch so, dass du sagst, okay, morgen mache ich es besser, morgen setze ich das um, was ich vielleicht heute nicht hinbekommen habe. Aber dann schalte ich auch ab, weil ich glaube nicht, dass es langfristig positiv ist, wenn man sich 24-7 mit einem Thema auseinandersetzt. Das macht einen, glaube ich, eher kaputt. Ja, definitiv. Definitiv, denke ich auch. Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was für einen Ausgleich nehme ich? Hattest du eigentlich in der Zeit Hobbys, andere vom Fußball? Oder hast du dich für irgendwas interessiert gehabt? Oder war das wirklich nur Fußball, Fußball, Fußball? Ja, zu der Zeit gab es wirklich nur Fußball. Das war vor allem so in meiner Anfangszeit, nachdem ich meinen Profivertrag in Darmstadt unterschreiben durfte, das war dann so, okay, du machst nur Fußball erst mal. Okay, verstehe. Den Profivertrag, den hast du dann unterschrieben gehabt. Wie kam das zustande? Hatten wir eigentlich immer noch andere Vereine, die interessiert waren? Oder hat sich das so ein bisschen abgeflacht, auch aufgrund von deinen Verletzungen? Wie war die Situation und wie hast du sie bewertet? Ja, in der U19 habe ich dann schon gemerkt, dass aufgrund der zahlreichen Verletzungen, die ich hatte, sind dann einfach die Anfragen ein bisschen zurückgegangen, was die anderen Vereine angeht. Und in Darmstadt war es dann aber trotzdem so, dass immer noch auf mich gezählt wurde. Und ich konnte das dann in den Trainingseinheiten in der ersten Mannschaft dann auch zeigen, dass ich mir das verdient habe. Da gibt es auch eine nette Geschichte zu erzählen. In meinem ersten Training mit der ersten Mannschaft in Darmstadt waren wir als Team auf dem Platz, standen in einem Kreis zusammen und Thorsten Frings hat eine Ansprache gehalten. Und dann ging es eigentlich zum Aufwärmen und dann hat er gesagt, Leute, ich habe noch etwas vergessen zu sagen. Und dann sind wir alle noch kurz stehen geblieben. Da hat er gesagt, der Silas, der übernimmt heute das Aufwärmen. Und das war für mich natürlich eine Situation, erste Training bei der ersten Mannschaft, wo ich gedacht habe, okay, boah, fuck. Da ist mir schon das Herz in die Hose gerauscht. Das glaube ich dir. Was hast du denn gemacht? Lauf ABC. Ja, also ich habe erst mal gesagt, wir laufen uns drei Runden ein. Und da habe ich mir ein bisschen Zeit erkauft, dass ich mir da ein bisschen was überlegen konnte. Und dann habe ich im Prinzip unser Aufwärmenprogramm aus der U19 da übernommen. Und ja, das hat auch einigermaßen gut funktioniert. Ja, sehr gut. Auch interessant, jemanden so ins kalte Wasser springen zu lassen. Aber ich glaube, das sorgt auch vielleicht so ein bisschen für Akzeptanz in der Mannschaft. Und auch so ein bisschen den Fokus und den Druck auch am Ende des Tages rauszunehmen, um sich in die Mannschaft richtig integrieren zu können. Ja, es war auf jeden Fall ins kalte Wasser geschmissen. Das ist zu 100 Prozent. Aber im Nachhinein auch wirklich eine sehr wichtige Situation, die ich dadurch laufen musste, die mir dann auch sehr viel innerhalb der Mannschaft gebracht hat. Weil es klar war, okay, hier, der Silas ist da. Ich war direkt präsent bei jedem Spieler. Und jeder Spieler wusste auch, hier, ich bin da. Ja, das ist ja auch häufig ein Thema, wenn Spieler aus der U19 oder aus dem Jugendbereich kommen. Die trainieren dann häufig mal mit. Aber wenn sie nicht mehr da sind, sind sie halt nicht mehr da. Und das hat mir extrem viel gebracht, um da einfach Präsenz in der Mannschaft zu haben. Bist du alleine in den Profikader gekommen? Oder hattest du noch zwei, drei andere Jungs mit dir? Ja, es war der Manasseh Escheler. Ah, ja, kenne ich. Manasseh, grüße, schöne Grüße an dich. Ja, genau, der war auch mit dabei. Nein, das hat mir es auch leicht gemacht oder leichter gemacht, als wenn ich jetzt alleine dort gewesen wäre. Wie würdest du die Durchlässigkeit von Darmstadt 98 im Profibereich mit den Erfahrungen, die du hast und mit der heutigen Situation beschreiben? Weil ich weiß einfach, bei der Eintracht damals war es einfach schwierig. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir vielleicht bessere Talente hatten oder Jungs mit mehr Talent, aber die Durchlässigkeit war einfach nicht so gegeben. und auch die Spieler zu integrieren. Wir hatten immer wieder Shaverde Chetting, Deji Bayreuther, Nelsmann, Didam und Boom. Also super Namen, super Spieler, aber die haben letztendlich keine große Rolle gespielt gehabt. Und teilweise Profivertrag mit dem deutschen Pass. Wie war es bei euch und wie würdest du es alles bewerten? Ich würde schon sagen, dass da generell die Durchlässigkeit in Darmstadt an sich, was Trainingseinheiten und Präsenz bei der ersten Mannschaft besser ist. Man hat schon immer wieder die Möglichkeit bekommen, da in der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Auch immer wieder verschiedene Spieler aus der U19. Es war aber einfach so, dass, wie du auch schon sagst, die Qualität generell in der U19, wenn man das jetzt mit Eintracht Frankfurt vergleicht, nicht so hoch war. Deswegen haben es auch nicht so viele Spieler in die erste Mannschaft geschafft. Da glaube ich schon, dass wenn einige Spieler aus der U19 aus Frankfurt bei uns in Darmstadt mit trainiert hätten, in der ersten Mannschaft, glaube ich schon, dass da der ein oder andere schon einen Vertrag unterschrieben hätte oder unterschreiben hätte können. Sehr interessant. Na gut, du warst jetzt bei den Profis. Den Profivertrag hast du unterschrieben. Was ich natürlich sehr interessant finde, man hat dir einen Vierjahresvertrag gegeben. So, mit was haben sie das argumentiert und warum haben sie dir den so lange dotiert? Da hat sicherlich auch die Argumentation oder das Dasein von Thorsten Frings eine entscheidende Rolle gespielt, der damals auch bei mir zu Hause war, als ich den Vertrag dann unterschreiben durfte. Da war tatsächlich Thorsten Frings bei dir zu Hause, um dir das Angebot letztendlich auch zu unterbreiten. Was für ein Gefühl war das und kannst du so ein bisschen die Situation erklären? Ja, Thorsten Frings ist natürlich eine Legende, was den Profisport, vor allem Fußball angeht. Bei Bayern gespielt, bei Dortmund gespielt, Nationalmannschaft gespielt. Wenn der auf einmal bei dir zu Hause im Wohnzimmer sitzt, das ist schon eine sehr besondere Situation. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Bruder sich auch schon die ganze Zeit darauf gefreut hat, als klar war, er kommt bei uns zu Hause vorbei, hat da die Trikots von Werder Bremen rausgesucht und hat sich da erstmal ein paar Unterschriften geben lassen. Ja, sehr, sehr krass. Kann ich mir vorstellen. Da sitzt du auf einmal auf deiner Couch. Ja, also wirklich sehr besondere Situation. Und es ging einfach darum, dass sie mir den Vertrag vorstellen, was sie grob mit mir vorhaben. Und dann war relativ schnell klar, das soll über eine längere Zeit passieren und ja, über vier Jahre dann. Sehr interessant. Wir hatten das eben gerade auch außerhalb von den Kameras ein bisschen besprochen. Du warst jemand, der sehr, sehr viele Angebote hatte und auch sehr, sehr interessant war in der Fußballwelt im 99er-Jahrgang. Aber irgendwann ging es ja so, dass du nicht mehr dieses Angebot hattest. Was hat das vielleicht mit dir gemacht und hat diese Situation, als Thorsten Frings vielleicht bei dir war, auch vieles wieder aufgefangen in dir, wo du dann sagst, na gut, jetzt kam nicht mehr irgendwie so ein Verein wie Bayern München oder sowas auf mich zu am Ende der U19, aber trotz alledem habe ich das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Ich habe den Profi-Vertrag. Genau, das war damals keine einfache Situation. Das war im U19-Bereich auch so, dass es auf einmal mit den Anfragen zurückging. Und da muss man dann natürlich vom Kopf her, muss man einfach klar bleiben und sagen, okay, ich versuche trotzdem weiter meine Leistung zu bringen. Es war aber trotzdem auch eine schwierige Situation, weil man geht ja eigentlich davon aus, okay, es läuft gut, es sollte auch so weiterlaufen und man hat eine ganz andere Erwartungshaltung an die Zukunft. Und dann muss man aufpassen, dass man dann nicht so krass enttäuscht wird. Und dann, als ich den Vertrag dann bei Darmstadt unterschreiben durfte und das Vertragsangebot bekommen habe, das war dann schon, ja, da ist sehr viel Last abgefallen, dass es dann doch funktioniert hat. Hast du so ein bisschen vielleicht auch daran gezweifelt, wenn man das alles so mitbekommt, okay, die Vereine ziehen vielleicht so ein bisschen zurück, weil ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen, also sehr, sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, wenn man auch so jung ist. Du musst überlegen, Asen war an dich dran oder an dir dran und auf einmal ist gefühlt keiner oder wenige Vereine nur noch an dir dran. Ja, das ist auf jeden Fall was, was extrem hoch anzusetzen ist, was die Belastung angeht, wo man auch einfach sagt, okay, es ist schwierig, damit umzugehen. Und es ist mental eine massive Herausforderung und es ist, ja, natürlich sind da Zweifel dann da. Natürlich sind Zweifel da, wie geht es weiter, schaffe ich das überhaupt. Ich glaube aber auch, dass Zweifel einfach entscheidend sind, um sich weiterentwickeln zu können. Wenn ich nicht an mir zweifeln würde, wenn ich nicht meine Fähigkeiten auch in Frage oder hinterfragen würde, dann habe ich auch keine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln oder Fortschritt zu betreiben. Und das ist, denke ich, ganz entscheidend. Ja, super, Silas, wow. Also dieser Blickwinkel, das stimmt. Da geht mir auch gerade mal wieder so ein Licht auf, wo ich sage, okay, Zweifeln ist in Ordnung, auch um einen Optimierungsprozess vielleicht auch anzustreben und das vielleicht besser zu machen und auch seine Entwicklung weiter zu fördern. Ich finde auch, dass das mitentscheidend ist. Es sollte aber auch keine Überhand nehmen. Punktuelle Zweifel sind angebracht, also finde ich, sind auch notwendig. Man sollte aber dann auch nicht alles bis ins kleinste Detail hinterfragen und sich da verkopfen, weil das ist dann weniger zielführend, würde ich sagen. Zweifel zeigt aber auch jemandem, dass es einem wichtig ist. Ganz ehrlich, wenn ich nicht irgendwie so ein bisschen hinterfrage und vielleicht auch zweifle, dann kann es gut sein, dass es mir einfach egal ist. Ja, genau. Würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Gut. Dann hast du diese Vorbereitung bei den Profis mitgemacht, ja oder nein? Wie war das? Wie intensiv war es? Und was hast du dir letztendlich da so ein bisschen gedacht in der Zeit? Ja, das Training generell bei den Profis maximal anstrengend und was ganz anderes, was man aus der Jugend nicht kennt. Es war damals schon, ich habe ja meinen Vertrag unterschrieben, bevor wir in die Vorbereitung gegangen sind. Das war noch zu Erstliga-Zeiten und da war es so, dass ich noch gar keine richtige Vorbereitung durchlaufen musste. Ich habe dann beim letzten Spieltag in der ersten Bundesliga gegen Gladbach meinen Einsatz bekommen und habe mich da über einen Ausgleich noch gefreut, den wir gemacht haben, wo ich dann noch auf dem Platz stand. Und danach kam ja erst die Vorbereitung, danach kam ja erst das Anstrengende. Davor war es so, dass es gegen Ende der Saison war. Viele Jungs oder viele Spieler waren einfach auch ein bisschen ausgelaugt. Was es mir auch ein bisschen einfacher gemacht hat, da zu sein und meine Leistung zu zeigen. Weil einfach in der Vorbereitung ist es was ganz anderes. In der Vorbereitung will jeder Spieler präsent sein. Jeder Spieler will sich zeigen. Es gibt 100 Prozent. Und gegen Ende der Saison ist es schon so, dass der eine oder andere sich ein bisschen rausnimmt, weil er vielleicht nicht die Einsätze bekommen hat, nicht das Vertrauen vom Trainer hat. Und da war es dann für mich auch ein Tick einfacher, da reinzustechen und dann im Prinzip die Möglichkeit des Profi-Einsatzes zu bekommen. Wie hast du mitbekommen oder wusstest du darüber, dass du eingewechselt wirst an dem Tag? Oder war das irgendwie total zufällig? Du hast dich warm gemacht und sie haben gerufen, Silas, komm mal her! Oder wie war es? Also es war natürlich schon so, dass wir uns auch innerhalb der Mannschaft darüber ausgetauscht haben. Wir sind einen Tag vorher in Gladbach angekommen vorm Spiel, haben dort übernachtet und dann war ich mit Gorka auf einem Zimmer. Und mit ihm habe ich schon auch ein bisschen enger gesprochen und ein bisschen engeres Verhältnis gehabt. Der hat mir da auch sehr geholfen, weil er gesagt hat, hier, es kann sein, dass du morgen reinkommst, stell dich mal grob drauf ein. Kann auch sein, dass es nicht passiert, aber stell dich einfach mal drauf ein, dass es passiert und geh da einfach entspannt ran. Mach es einfach so wie im Training, mach es einfach so wie immer. Sei du selbst, gib Gas und dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Das war was, was mir auch extrem gut getan hat und ich dann deutlich unaufgeregter dann am nächsten Tag auch ins Stadion gegangen bin, mich warm gemacht habe und es einfach ein bisschen leichter ging. Aber ich glaube trotzdem, wenn man so eine halbe Situation hat, ah ja, komme ich rein oder komme ich nicht rein, ich glaube, man denkt vom Kopf trotzdem eh, ich komme eh nicht rein, oder, wenn man noch nie so einen Einsatz hatte. Oder dachtest du vielleicht, ah ja, ich komme rein? Ich habe natürlich gehofft, ich komme rein, aber ich habe nicht damit gerechnet. Ja, ja, ja. Ich habe nicht damit gerechnet und es war dann tatsächlich so, ich glaube, 88. Minute in Gladbach, stand 2-1 für Gladbach, wurde ich auf einmal gerufen und dann war klar, okay, ich komme jetzt rein. Okay, Pulsgarten. Als ich unten an der Seitenlinie stand, da hatte ich wirklich maximalen Puls, da war es auch einfach so, dass du komplett in die Zuschauerreihen geschaut hast und gemerkt hast, okay, fuck, 55.000 Zuschauer und du kommst jetzt da rein. Und dann war das ein kurzer Moment, wo ich gesagt habe, okay, du musst durchziehen und hatte minimalen Zweifel und wollte natürlich keine Fehler machen, aber habe dann gesagt, okay, nee, zieh es durch, so wie es Gorka gesagt hat. Und bin dann für Jérôme Gondorff reingekommen und vier Minuten später haben wir dann noch den Ausgleich gemacht, ist dann auch 2-2 ausgegangen und dann sind wir trotzdem abgestiegen, das war vor dem Spiel schon klar, aber hat mir natürlich noch ein paar Minuten in der Bundesliga beschert. Sehr, sehr cool. Lass uns nochmal ganz kurz, auch nach dieser ganzen Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, auf die Vorbereitung eingehen. Du hast dich ja da letztendlich verletzt gehabt. Was für eine Verletzung hattest du und inwiefern hat die sich letztendlich dann auch vielleicht ein bisschen rausgehauen und ja. Ja, Vorbereitung war natürlich dann was ganz anderes in dem Profibereich. Da war es dann nicht getan mit, okay, wir trainieren einmal am Tag, abends und dann fertig. Es war schon deutlich intensiver mit mehreren Tagen in der Woche mit zwei Einheiten am Tag und die Belastung hat mir dann doch zu schaffen gemacht. Es war dann gegen Ende der Vorbereitung tatsächlich so, dass ich im Hüftbereich Entzündungen hatte, musste dann auch operiert werden und dann wurde ein Teil vom Hüftkopf abgenommen und war eine relativ große Operation für mein Alter, weil wenn man jetzt denkt, okay, ich war damals 18, Hüft-OP passt eigentlich so vom logischen Denken nicht zusammen, macht mir zwar heute keine Probleme mehr, damals hat es aber dazu geführt, dass ich tatsächlich elf Monate keinen Fußball spielen konnte. Krass. Und das war direkt im Anschluss an meinen ersten Profi-Einsatz, was dann natürlich zur Folge hatte, dass kein zweiter folgte. Krass. Also, nur das nochmal kurz aufzugreifen, wir haben einen jungen, talentierten Fußballer, der nicht im typischen NLZ erstmal angefangen hat, Fußball zu spielen. Auf einmal, ganz Deutschland jagt ihn, kriegt die Strukturen irgendwie rein und ist im NLZ, vielleicht noch nicht im besten, aber in einem kleinen NLZ, kriegt seinen Profivertrag, verletzt sich elf Monate und was ist dann passiert? Ich finde das unfassbar spannend, aber auch, glaube ich, sehr, sehr schwierig, im Bereich mental damit umzugehen. Ja, das ist sehr herausfordernd, das zu 100%. Ich hatte in der Zeit dann natürlich sehr viel Zeit, auch darüber nachzudenken, was ist denn, wenn es mit dem Fußball nicht so funktioniert und habe dann die Zeit genutzt und habe mich neben dem Platz ein bisschen fortgebildet, habe meine Trainerlizenzen gemacht und habe angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Kam der Impuls von dir selbst, weil du einfach gesehen hast, okay, ey, es wird vielleicht so sein, dass ich nach dem Fußball immer noch arbeiten gehen muss oder dass das Geld nicht so reichen wird und ich muss irgendwas vielleicht anderes machen oder kam auch der Zweifel, werde ich vielleicht überhaupt noch Fußball spielen können danach? Von wo kam der Impuls? Kam er von dir selbst oder von außerhalb? Ich würde sagen, es war so eine Mischform. Also es war natürlich so, dass meine Eltern da gesagt haben, hier, guck, dass du vielleicht noch was Zweites machst. Du hast jetzt Zeit, du bist in der Reha und es ist vielleicht auch wichtig, da was Zweites zu haben, falls es nicht mehr so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und da habe ich natürlich dann auch darüber nachgedacht und war natürlich in meiner aktuellen Situation mit Verletzungen und einem Riesenschritt wieder in Richtung, okay, kann ich überhaupt irgendwann wieder auf dem Niveau Fußball spielen? Das war ein langer Weg, den ich hätte gehen müssen und den ich dann gegangen bin. war das dann schon so, dass ich auch gesagt habe, okay, wer garantiert mir denn, dass ich überhaupt wieder auf dieses Niveau komme, auf dem ich war? Und dann war das relativ schnell klar, dass ich da gesagt habe, okay, irgendwas Zweites musst du machen. Das ist sehr interessant und dann ist es jetzt letztendlich Ernährungswissenschaften geworden, was du dann studiert hast oder noch studierst. Zwischenzeitlich ist dann auch irgendwie eine Laie zu Aschaffenburg zustande gekommen, wo du jetzt auch noch aktuell Fußball spielst. Das ist aber auch außergewöhnlich, dass ein Bundesligaspieler, Zweitbundesligaspieler dann in die Regionalliga geht oder zur Ausleihe. Wie kam das so ganz kurz, wenn du das anschneiden könntest, zustande? Und warum hast du das gemacht und was machst du heute? Sehr gern. Also es war so, dass ich in den elf Monaten Verletzungen dann tatsächlich auch nicht mehr so auf dieses Niveau zurückgekommen bin, auf dem ich mal war. Und es ist natürlich auch logisch, dass wenn man elf Monate Pause hat, nicht von heute auf morgen dann wieder den Fußball spielt, den man mal gespielt hat. Und wie schwer ist das zu erkennen? Es war schon schwer. Es war aber auch ein bisschen normal, in Anführungszeichen. Weil ich kenne persönlich keinen, der nach der Verletzung direkt wieder on point da ist. Es benötigt einfach ein bisschen Zeit. Es hat dann relativ viel Zeit benötigt. Und ich habe dann in Zusammenarbeit mit Darmstadt entschieden, es würde sinnvoll sein, jetzt vielleicht eine Leihe anzugehen, dann in der Regionalliga bei Viktoria Aschaffenburg, um einfach wieder zu schauen, dass man in den Spielrhythmus kommt und da wieder an die alte Leistung anknüpfen kann. Das war im Prinzip dann der Weg, der mich zu Aschaffenburg geführt hat. Aschaffenburg hat mich auch mit offenen Armen empfangen. Es war immer sehr herzlich dort und ist es heute noch. Und genau, das hat mir sehr viel gebracht dann. Was wir aber auch irgendwie sagen müssen ist, in der Laufe deiner Karriere hast du die Position gewechselt. Was ich halt aber auch irgendwie interessant finde, weil wir haben einen Spieler, den ganz Deutschland jagt, als Stürmer. Und der auf einmal links hinten agiert. Also welcher Trainer hat das gemacht und hat das gesagt und wie bist du damit umgegangen? Weil ich kenne das, ich habe sehr, sehr ungern irgendwann mal Innenverteidiger gespielt und noch ungern links, linker Innenverteidiger. Aber ich habe es dann irgendwie gemacht so, wenn ich es machen musste. Wie bist du damit umgegangen? Ja, es war natürlich für mich auch nicht so einfach, aber es war letztendlich dann doch was, was mich weitergebracht hat. Einfach das Spiel vielleicht aus einer anderen Perspektive auch beobachten zu können. Es war letztendlich dann Thorsten Frings, der gesagt hat, hier links hinten, das passt. Und dann war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe es angenommen. Es war nicht einfach am Anfang, weil du natürlich gewöhnt warst, vorne zu spielen und vielleicht auch Tore zu schießen, Torvorlagen zu machen. Und dann warst du auf einmal dafür zuständig, dass keine Tore fallen und dass du sie verteidigst. Das war schon eine Umstellung am Anfang, aber ich nehme natürlich dann lieber die Situation so an, als mich dann querzustellen und zu sagen, hier, nee, mache ich nicht. Glaube ich, hätte in der Situation noch kaum ein anderer gemacht. Ja, verstehe. Na gut, dann warst du jetzt bei Aschaffen oder bist bei Aschaffenburg, hast gesagt, du hast auch ein bisschen Ernährungswissenschaften studiert. Und wie kam es dazu, dass du vielleicht für dich herausgefunden hast, na gut, das ist eigentlich was für mich und da möchte ich langfristig in dem Bereich arbeiten oder auch tätig sein. Ja, das war dann so, ich habe zwei Jahre in Aschaffenburg gespielt als Leihspieler und bin dann nochmal kurz zu Darmstadt zurück, hatte dann aber auch wieder Probleme mit Verletzungen und Beschwerden mit Verletzungen, was dann schon irgendwie dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich schaffe es einfach nicht mehr, auf dieses Leistungsniveau zurückzukommen. Habe aber auch gleichzeitig gemerkt, Ernährungswissenschaften ist was, was mir selbst auch gut tut, wo ich sage, okay, ich kann diesem Profibereich trotzdem noch treu bleiben, nur auf eine andere Art und Weise. Und das war was, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich eine super Kombination. Ich komme selbst aus dem Bereich und will dem Bereich auch möglichst lange treu bleiben, vielleicht auch über die Karriere hinaus. Ich habe dann gemerkt, okay, ich kann einfach nicht mehr auf dem Leistungsniveau selbst spielen und wollte dann auch irgendwas, wo ich sage, okay, ich kann vielleicht Spielern oder auch jüngeren Spielern helfen, denen unter die Arme greifen im Bereich Ernährung, dass sie da einfach besser aufgestellt sind und dadurch dann dem Bereich Fußball länger fristig auch noch treu zu bleiben. Ja, sehr, sehr interessant. Also ich erkenne in dem, was du sagst, mich auch ein bisschen wieder. Mentalcoaching und alles drum und dran und wollte auch noch in diesem Profibereich bleiben oder auch ambitionierend im Fußballbereich. Es ist geil. Ich glaube, das ist eine tolle Aufgabe, die du da dir selbst gegeben hast und auch realisiert hast. Du hast ein tolles Büro, habe ich gesehen, mit SZ, mit so einer schönen Wand da. Also Silas, auf jeden Fall musst du mich auch mal einladen. Wir müssen da auch bei mir mal ein bisschen arbeiten. Da komme ich auch mit dem ganzen Kamerateam. Dann gucke ich mir das mal an mit der Körperfettmessung oder Körper... Genau, Hautfaltmessung. Jawohl, das ist es. Und Silas, wir haben ja einen Broadcast-Channel über Instagram und da habe ich gesagt gehabt, dass ich einen tollen Gast habe und dass sie Fragen stellen können. Und da ist eine Frage, die ich gerne von Sam Huber rausnehmen würde. Er hat gefragt gehabt, was war der schönste, schlimmste Moment in deiner Profikarriere oder schlimmste? Also schönster Moment definitiv die Einwechslung in Gladbach vor so vielen, Menschen. Das war etwas, was immer in Erinnerung bleibt und was mir keiner mehr nehmen kann. Das Trikot vom Einsatz, das hängt auch noch bei mir zu Hause. Deswegen, immer wenn ich sehe, denke ich daran. Das ist, was die Karriere angeht, sicherlich der schönste Moment gewesen. Und der Schlimmste direkt danach die lange Verletzung, die elf Monate, wo ich keinen Fußball spielen konnte, die auch im Prinzip darin gefußt hat, dass ich heute nicht mehr auf dem Niveau spiele, wo ich damals war und auch so ein bisschen meine Karriere neben dem Fußballplatz so ein bisschen eingeläutet hat. Okay, krass. Das ist auch, das ist gerade in dem schönsten Moment und daraufhin in dem schlimmsten. Das ist schon crazy. Ja, das war mental auch sehr herausfordernd, weil du schwebst auch so ein bisschen auf einer Welle und denkst, okay, es geht jetzt nur so weiter. Und dann ist es nicht mal vier, fünf Wochen später so, dass eigentlich mehr oder weniger alles vorbei ist. Verstehe. Also, andere Frage von Jason. Der hat hier die Frage gestellt gehabt, Anselas, wie bist du mit Rückschlägen umgegangen? Ich finde es schwierig, so zu pauschalisieren, weil jeder Rückschlag ist auch so ein bisschen individuell. Generell würde ich sagen, dass es am Anfang schwieriger war, mit Rückschlägen umzugehen. Ich habe immer versucht, mir Zeit für mich selbst zu schaffen, über die Situation nachzudenken und mich da aber auch nicht zu sehr reinzusteigern und das eher als etwas Temporäres anzusehen. Das war für mich ganz entscheidend, dass ich sage, okay, es ist zwar jetzt so, aber es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt in tiefe Trauer falle und dann sage, okay, es funktioniert gar nichts, ich kann nichts machen, ich bin verletzt, sondern sich dann Sachen zu suchen, wo man dann in der Verletzungsphase vielleicht trotzdem daran arbeiten kann, Dinge verbessern und vielleicht an Dingen arbeiten, die man im regulären Trainingsbetrieb vielleicht nicht so optimieren kann. Da sehe ich dann tatsächlich Verletzungen oder Rückschläge auch als positiv an, weil das so ein kleines Zeichen dafür ist, okay, irgendwas läuft aktuell vielleicht nicht zu 100 Prozent so, wie es laufen sollte und dann, wenn man sich die Zeit dann nimmt und drüber nachdenkt, kann man dann vielleicht an Defiziten arbeiten, die einem dann im Nachhinein deutlich mehr bringen und die einen stärker machen. Ja, stimmt und das ist genau der Punkt, den so ein Rückschlag mit sich bringt, zum Beispiel am Schlaf zu arbeiten, das kannst du sehr, sehr schwierig, wenn du ganz im Betrieb bist und Training hast und so weiter und so fort. Silas, wir kommen zum Ende. Es war mir eine Freude, dich wiederzusehen, es war mir eine Ehre, dass du hier warst. Gibt es vielleicht eine Sache, wir haben noch drei Minuten Zeit, die du jungen Fußballspielern mit auf den Weg gehen würdest und ganz wichtig an alle, die hier sind, fünf Sterne Bewertung für den Silas und für mich, für diesen Podcast und schaut bei ihm auf Instagram vorbei und macht auch mal einen Termin bei ihm aus, damit ihr einfach auch das nächste Level angehen könnt, denn als junger Fußballspieler musst du meines Erachtens auf allen Bereichen arbeiten oder in allen Bereichen arbeiten, damit du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Also der Silas macht auch Termine und ist auch in seinem Gebiet meines Erachtens einer der Besten. Ja, auf jeden Fall danke auch nochmal von meiner Seite für die Einladung. Es hat mich wirklich auch sehr gefreut, dich mal wiederzusehen. Wirklich auf unsere gemeinsame Vergangenheit mit einem Glas Wasser anstoßen. Das hat mich natürlich auch gefreut. Wenn ich jetzt jungen Spielern was mit auf den Weg geben kann, dann ist es auf jeden Fall Spaß am Fußball zu haben. Das ist, denke ich, die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Einfach Spaß daran haben, auf dem Platz zu stehen, Fußball zu spielen, mit seinen Kollegen zu spielen und dann ist es einfach was, was leichter von der Hand geht. Ja, und wenn man was macht, was leicht funktioniert, wo man keinen großen Aufwand verspürt, irgendwas zu machen, dann finde ich, ist es auch deutlich leichter, Ziele zu erreichen. Und dann ist es auch deutlich leichter, vielleicht andere Bereiche zu optimieren, weil man gar nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie mit Arbeit beschäftigt. Wenn ich einfach Spaß am Fußball habe, da Gas gebe, dann kann ich mich vielleicht punktuell mit anderen Dingen auseinandersetzen, ob das jetzt Ernährung ist, Mentaltraining, das sei mal dahingestellt. Aber dann habe ich die Möglichkeit, andere Dinge noch einzubauen und da mehr Kapazität dafür zu haben. Und deswegen einfach sich selbst in die Situation bringen, Freude am Fußball zu haben. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das war krass. More love, more blessings, more energy. Es war mir eine Freude, Silas.